Ich bin Daniels Fubriken. Ich mache die Lehre beim Schindler als Anlagen- und Apparatenbauer und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich bin Nino. Ich mache die Lehre beim Schindler als Anlagen- und Apparatenbauer. Meine Übungstätigkeit ist Schweissen, was auch grosser Teil ist von unserem Bruder. Wir machen ganz wenig Übungsteile und die anderen Teile werden im Liftbau gebraucht. Und ich finde, sie geben uns noch viel Verantwortung für die Teile, die wir hier machen dürfen. Man geht auch anders an die Arbeit hin, wenn man weiss, dass die Teile gebraucht werden, als wenn sie einfach in den Molde landen. Wenn jemand gerne handwerklich arbeitet, gerne mit Metall arbeitet, nicht angstet vor dem Greckigwerden, vor dem etwas Lüpfen, das ist der Anlage- und Apparatenbauer. Im Schindler finde ich es cool, weil hier der Vorteil ist, wir sind in einer Lehrlingsabteilung und hier sind ganz viele Lehrlinge. Also man ist mit Gleichaltrigen um sich. Eigentlich habe ich mich für Polymech interessiert und habe durch die Info-Veranstaltung auch den Beruf Anlage- und Apparatenbauer kennengelernt. Und dann bin ich dann auch bei Schindler und anderen Betrieben schnuppern. Und das hat mir gefallen, dass ich mit Metall arbeite. Willst du auch am Ende des Tages sehen, was du hergestellt hast? Dann bin ich jetzt bei Schindler aus Anlage- und Apparatenbauer. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!